Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Wochenausblick für die nächste Kalenderwoche. Nachdem diese Woche extrem, extrem volatil war und außerhalb der News mit der FTX-Pleite schon sehr, sehr viel passiert ist, sollte die nächste Woche deutlich, deutlich ruhiger sein. Hoffen wir zumindest, was die News angeht. Ich habe mir wieder ein paar, also 5, 6 News rausgepickt. Außerdem werfen wir natürlich einen Blick auf Bitcoin, auf den Dow Jones, auf den DXY natürlich und welche Auswirkungen im Endeffekt auch die News auf den Chartern haben könnte. Also wenn ihr weiterhin Bock auf dieses Format habt, schreibt unten gerne einen Kommentar rein, würde ich mich riesig darüber freuen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht getan hat und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch. Ja, wie gesagt, Wochenausblick. Wir fangen an, wie immer bei Investing, da kann man sich im Endeffekt die besten News rauspicken. Link unten in der Videobeschreibung, ist natürlich völlig kostenlos, könnt ihr euch einfach gucken. Und zwar starten wir mit dem Dienstag. Dienstag kommt in der Eurozone das Bruttoinlandsprodukt. Im Endeffekt, wie hat sich die Wirtschaft entwickelt? Prognose liegt bei ungefähr 0,2%. War im Endeffekt vorher genauso. Natürlich darf man die EU nicht so hoch gewichten, meines Erachtens nach. Also EU hat sowieso wenig, sag ich mal, weltweite Auswirkungen. Wir haben mit die höchste Inflation einfach die USA mittlerweile deutlich, deutlich zurückgegangen. Aber trotzdem sind es so Werte, die man vor allem dann auch für den DAX im Endeffekt im Blick behalten sollte. Außerdem geht es ja auch hier rum, erhöht die EZB im Laufe der nächsten Wochen weiterhin ihre Zinsen. Auch wenn ich immer noch der Meinung bin, sie können es einfach nicht so stark erhöhen, wie im Endeffekt es in den USA passiert. Hat einfach den Aspekt, wir haben Griechenland absolut überschuldet, wir haben Spanien absolut überschuldet, wir haben Italien absolut überschuldet, mit einer rechten Regierung jetzt auch noch, die sowieso aus der EU raus will. Also da geht es dann eher darum, sag ich mal, okay, möglicher Blick auf die Zinsschritte und sowas, müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Aber 0,2 ist die Prognose, nachdem das letzte Mal die Prognose bei einem Prozent lag, also deutlich, deutlich verschätzt wurde. Müssen wir mal schauen. Also an sich kann ich hier entweder, bleibt die Prognose oder minimal vielleicht verfehlt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Endeffekt das Bruttoinlandsprodukt steigt. Aber gut, werden wir dann sehen. Wie gesagt, hat jetzt aber nicht so die großen Auswirkungen. Aber dann um 14.30 Uhr am 15.11. kommt die Erzeugerpreise. Und die haben dann wiederum deutlich, deutlich mehr Auswirkungen, sag ich mal, auch auf die zukünftige Inflationsrate. Muss man natürlich auch die Erzeugerpreise geben, einen Hinblick darauf, wie im Endeffekt dann die Inflation sich weiterhin entwickeln würde. Wir haben ja ganz gut getippt das letzte Mal mit den 7,7 Prozent, was wir ja auch im Endeffekt erwartet haben, auch wenn die Prognose deutlich höher war. Aber sind wir ganz gut hingekommen. Und das ist jetzt so ein weiterer Indikator, den ich dann wieder für mich dann persönlich auch für die nächste Stufe dann nehme, für die nächste Inflationsprognose. Wenn die hier sinken sollten oder gleich bleiben, dann muss man wirklich gucken, wieder auf den Ölpreis, Weizenpreis, Transportkosten, sowas muss man alles im Endeffekt im Blick behalten, noch zusätzlich. Aber sollten die hier sinken, ist es ein positives Signal, auch für die Inflation im Endeffekt, weil die Erzeugerpreise gesunken sind. Inflation könnte dadurch auch wieder im nächsten Monat deutlich, deutlich zurückgehen. Auch da mit Hinblick auf die FED, wo man auch noch dazu sagen muss, die nächste FED-Sitzung ist genau, ich glaube, zwei Tage später nach den Inflationsdaten. Also sehr, sehr gut getimt. Das könnte dann nochmal für eine kleine Jahresendrallye sorgen. Aber wie gesagt, Erzeugerpreise am 15.11., darauf müssen wir auf jeden Fall achten. So, und jetzt kommen wir nämlich gleich zum ersten Chart. Ist zwar jetzt erst am Dienstag, aber da lohnt sich natürlich, erst einmal blicken wir auf den Dow Jones 30. Wir haben hier im Endeffekt das Golden Pocket diese Woche angetestet, wurden hier rejected und sind jetzt genau hier im Schlusskurs, genau am 0618 Fibonacci Retracement Level. Was wir auch noch dazu gesagt haben, Volumen hat wieder etwas zugenommen für den Abtrend, absolut in Ordnung. Wir sind aus diesem Falling Broadening Rage ausgebrochen. Also ihr seht hier, einmal getestet, zweimal, dreimal und beim vierten Mal kurz nochmal zurück und dann eben ausgebrochen. So, hier kommt es jetzt aber wie gesagt darauf an, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich möchte hier ein Close über 34.300 Punkten sehen. Hat den Aspekt, hier war unser letztes Hoch, schaffen wir ein Daily Close darüber, wirklich ein Daily Close und wirklich ein Daily Close darüber, ist es an sich bullish zu werden. So hängen wir momentan noch im Golden Pocket. Das könnte vielleicht am Montag dann, vielleicht nochmal zu einem Retest hier eben dieses Falling Broadening Rage deuten. Sollten die Erzeugerpreise dann im Endeffekt positiv ausfallen, also zumindest nicht höher, erwarte ich auch ganz ehrlich erst einmal nicht, könnte das nächste Woche einen deutlichen Schub nochmal nach oben geben und dann kommt es eben darauf an, nächster Widerstand 34.300 US-Dollar und dann eine Daily Supply Zone bei ungefähr 34.800 US-Dollar. Und da kommt dann, sage ich mal, dicker, dicker, fetter Widerstand rein. Das wäre aber so, sage ich mal, das grobe Ziel, welches wir dann im Endeffekt erreichen könnten. Und im Endeffekt ist es schon krass oder auch in der ganzen wirtschaftlichen Situation schon wieder zu sehen, wir begeben uns auf All-Time-High-Niveau bei Dow Jones. Muss man auch dazu sagen. Aber gut, ganz, ganz anderes Thema. Also wenn ihr euch den Fahrtweg hier im Endeffekt mal anguckt, wir sind schon wieder fast am All-Time-High, aber da kommen wir jetzt an den ersten starken Widerstand hier oben, dieser Bereich. Den müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, aber den könnte nächste Woche auf jeden Fall getestet werden. Da könnten die Erzeugerpreise dazu ihren Teil beitragen. Montag, wie gesagt, keine News und sollte sonst erstmal nichts Schlimmeres kommen, sieht das relativ gut aus. Wie gesagt, Montag-Retest wäre auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Schaffen wir keinen Daily Close am Montag oder Dienstag über die 34.300 US-Dollar könnte es deutlich schwerer werden. Gleichzeitig noch der Blick auf den, wo haben wir, S&P 500. Hier sind wir jetzt auch direkt am Golden Pocket, also es überschneidet sich hier deutlich. Nur Dow Jones, wie gesagt, schon wieder fast auf All-Time-High-Niveau, S&P 500 noch bei weitem nicht. Im Endeffekt hier absolut noch der Downtrend. Golden Pocket ist das erste Mal, die erste Rejection. Wir haben hier noch ein kleines DMI-Gap. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier haben wir es. Jupp, hier in diesem Bereich. Das könnten wir auch bei positiven Zahlen im Endeffekt füllen. Plus 200er SMA auf dem Daily, der hier auch schon mehrfach immer Widerstand war, kommt dann hier auch langsam rein. Wäre vielleicht auch ein möglicher Short-Impuls dann, für die nächsten Tage. Sollte natürlich der Pump weitergehen, haben wir hier oben noch so eine kleine Ineffizienz bei 4200 Punkten ungefähr. Das sind jetzt die ersten zwei Zonen, die wir die Woche auf jeden Fall fix im Blick behalten sollten. Auch hier gilt natürlich, Daily Close drüber, Bullish. Ansonsten nur ein WIC, um die Liquidität zu holen oder um die CME-Gaps zu holen, wäre dann meines Erachtens nicht so gut. Dann kommt auch noch die Verbraucherpreisdaten von Europa, also in der Eurozone am 17.11. um 11 Uhr. Ja, hier, also im Endeffekt die VPI-Daten, Verbraucherpreisindex 10,7% ist aktuell. Die Prognose liegt auch bei 10,7%. Also hier ist man schon weiterhin auf hohem Niveau. Und ich finde ganz ehrlich, hier lassen sich die Daten deutlich schwerer schätzen, als in den USA. Weil wir doch mehr von außerweitig, und wir haben hier noch keinen richtigen Peak gesehen. Also und sobald die Prognose hier auch wieder bei 10,7% ist, genauso wie in Deutschland ja auch die Inflationsdaten so hoch sind, tue ich mir hier ehrlich gesagt ein bisschen schwerer. Aber es sollte meines Erachtens nicht nach, wie gesagt, keine Auswirkungen auf Dow Jones, S&P 500 oder Nasdaq haben. Da sehe ich das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen positiver am Endeffekt. Aber auf den DAX könnte das wiederum Auswirkungen haben, wie gesagt, auch auf die weiteren Zinsschritte in der EU. Aber wir sind sowieso ein paar Monate hinter den USA hinten dran, muss man natürlich auch dazu sagen. Also würde ich jetzt auch mal nicht so arg hoch gewichten, jetzt erst einmal zumindest. So, dann kommen wir am Donnerstag dazu. Also ihr seht schon Mittwoch, wieder absolut ruhiger Tag. Spielt uns natürlich in die Karten auch, so von Bitcoin und so. Schauen wir uns natürlich gleich noch an. Kommen am Donnerstag wie immer die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die ja das letzte Mal auch wieder ein bisschen höher waren. Die Prognose lag ja bei 100 oder 1,475k, wurde dann überschritten, deutlich. Jetzt liegt die Prognose schon bei 1,5k. So, das wird natürlich interessant. Sollte sich hier im Endeffekt der Trend, der hier auch deutlich ersichtlich ist, fortsetzen, ist es wiederum gut für US, für Dow Jones, für Nasdaq, auch für Bitcoin. Weil die FED dann langsam, langsam, aber sicher, muss die ihre Dinge dann mal ein bisschen loslassen. Also nicht mehr so stark anziehen, ihre ganzen Zinsen und so. Also das wird sehr, sehr interessant werden. Wie gesagt, jede Woche, da werden wir sowieso immer einen Blick drauf werfen. und natürlich auch unsere Erstanträge. Und irgendwann wird er auch dann im Endeffekt mal Meta mit rein crashen. Wir hören bei Twitter von Entlassungen. Also da kommt jetzt immer mehr, vor allem diese ganzen Tech-Unternehmen, stellen sich natürlich jetzt deutlich besser auf. Dann hast du jetzt der FTX-Pleite, wo einen Haufen Leute ihren Job verloren haben und so. Also es kommt so langsam im Gang und so. Und da muss dann früher oder später die FED im Endeffekt auch realisieren, okay, wir können nicht weiter anheben. Und dann geht es halt auch nicht mehr. Also die ganzen Daten momentan deuten auf eine positive Woche. Und es könnte dann natürlich auch den S&P 500 da oben in die Region auf jeden Fall reinballern. So das 0,786er bis zu diesem CME-Gap. Erster Step, wie gesagt, die 4.083 Punkte. Ansonsten die 4.220 Punkte. Das ist so der Step. Und was wir uns natürlich dann auch nochmal ganz kurz dazu angucken, ist eben dann auch im Endeffekt der Dow Jones. Also die Zahlen hier oben von den 35.300 Punkten ist bei einem guten Daily Close auf jeden Fall diese Woche tragbar. Also wir können uns hier bei guten Daten nochmal auf einen 4% Pump möglicherweise sogar einstellen. EU sehe ich das Ganze ein bisschen schwerer. Also so DAX und so. Eventuell Short. Aber das gefällt mir eigentlich relativ gut. Und da lohnt sich da auch gleich nochmal der Blick auf den Nasdaq. Und da sieht man halt auch im Endeffekt, die Tech-Werte haben sich einfach noch nicht so erholt wie im Endeffekt so dieser gesamten Markt. Und das ist halt auch sehr, sehr interessant. Das sieht man dann hier im Endeffekt. Wir sind hier noch meilenweit vom Golden Pocket entfernt. Das liegt dann bei ungefähr 12.576 Punkten des 0.65er Fibonacci Retracement Level beim Nasdaq. Aber es kommt möglicherweise diese Woche so langsam, aber sicher auch hier ein bisschen Bewegung rein. Nachdem wir uns hier unten aus dem Golden Pocket, wo im Endeffekt viele auch Tech-Werte gekauft haben, also mir einschließlich auch hier das Golden Pocket, haben wir ja schon damals sehr, sehr gut getimt, wo wir über einen möglichen Boden gesprochen haben, weil das damals auch ein möglicher Boden war. Seitdem natürlich schöner Pump nach oben. Also auch hier sehe ich natürlich erst einmal die Woche bei positiven Vorzeichen aufgrund der Erzeugerpreise, aufgrund im Endeffekt der Arbeitslosenhilfe erst einmal sehr, sehr gute Chancen. Im Endeffekt auch hier einen deutlichen Schub nach oben. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema, und zwar Verkäufe bestehende Häuser am Freitag. Nachdem ich letzte Woche mich ja so auf die Zahlen der ausgefallenen Hypotheken gefreut habe, die dann im Endeffekt verschwunden sind, das habt ihr ja alle mitbekommen. Ich habe ja groß noch gesagt, ja, die Daten wären ja extrem wichtig. Mittlerweile sind die Daten auf den US-Behörden weg. Bei investing.com kann man diese Daten nicht mehr abrufen. Nirgendwo findet man diese Daten, die eigentlich hätte letzte Woche Mittwoch kommen sollen. Und dann kommt jetzt natürlich der nächste Indikator, Verkäufe bestehender Häuser. Umso niedriger die ausfallen, wir haben eine Prognose von 4,3 Millionen, vorher waren es schon 4,7 Millionen. Umso schwächer die ausfallen, desto schwächer für einen Dollar. Umso höher, also das heißt mehr Verkäufe, das ist natürlich stärker für einen Dollar. Also es könnte nächste Woche den Dollar ordentlich, ordentlich unter Druck setzen. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Und auch wieder so ein Indikator dafür, steht der Immobilienmarkt vor dem Crash. Ihr wisst, ich fahre da voll drauf ab, auf dieses Thema, weil es einfach sehr, sehr viele Parallelen zu 2007, 2008, 2009 gibt. Und die Ausfallrate sowieso schon bei 4% war. Und plötzlich ist sie weg, wo die Immobilienverkäufe, wo der Hypothekenmarktansatz deutlich steigt und sowas. Also das ist so ein Ding, das würde ich für längerfristig auf jeden Fall mal im Blick haben und könnte für den nächsten Crash sorgen. Wann der kommt, absolut schwer abzusehen. Vielleicht wird es vorher gerettet, vielleicht schiebe ich auch zu viel Panik. Aber ich möchte einfach, dass ihr das im Endeffekt im Blick behaltet. Und das ist der Bereich, den wir auf jeden Fall im Blick behalten sollten. Und das könnte jetzt auf den DXY, äh, ne, DXY will ich, nicht den DY, DX, ähm, könnte den DXY im Endeffekt nächste Woche ordentlich, ordentlich unter Druck setzen. Also wir haben ja hier den ersten Support, das haben wir ja angesprochen, vorhin auch im Video bei 106, erst einmal Support gefunden. Aber sollten die Daten, die Erzeugerpreise, die Arbeitslosenanträge und dann auch noch der Verkauf der bestehenden Häuser deutlich, deutlich besser ausfallen, könnte das einen ordentlichen Kollaps geben. Also, gut, Kollaps ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir könnten uns die nächsten Level hier unten angucken, auf jeden Fall in dem Bereich der 105, wo wir hier unten noch diese Wigs haben und hier auch ein bisschen, äh, Widerstand erfahren haben, beziehungsweise hier ein bisschen rumgetaumelt sind, könnte dann hier im Endeffekt auch zum 200er SMA hier auf dem Daily Chart bei 105, was sagt man das eigentlich, Punkten, US-Dollar, auf jeden Fall erste Korrelation stattfinden. Wäre natürlich auch, wenn wir uns die Devisenmärkte angucken, stark für den Euro, könnte sie sich wiederum erholen, aber für den DXY könnte es nächste Woche ordentlich, ordentlich nach unten gehen. Die Frage ist, wie sehen wir Bitcoin? Bitcoin, wie gesagt, jetzt momentan 16.700 US-Dollar, könnte nächste Woche erst einmal eine Relief Rallye stattfinden. Was wichtig ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, ein Weekly Close über 17.500 US-Dollar wäre sehr, sehr wichtig, ein Daily Close auch mal darüber, da wurden wir jetzt hier leider rejected schon, aber ein Weekly Close über der 17.500 US-Dollar-Marke wäre das Mindestziel, besser wäre natürlich die 18.800 US-Dollar. Aber die nächste Woche könnte erst einmal für eine deutliche, deutliche Erholung sorgen, aufgrund starker möglicherweise Indizes. Absolut fallen da die XY, wenn die Zahlen so eintreffen, wie wir uns das im Endeffekt wünschen. Und ansonsten eben die ganzen Ineffizienzen, die wir jetzt diese Woche gebildet haben, könnten wir dann im Endeffekt gerne mal rausnehmen. Dafür zeichne ich die euch mal ganz kurz ein, hier im Endeffekt, hier oben dieser Bereich wäre erstes Ziel. Wir haben unser Golden Pocket bei 18.800 US-Dollar, was noch gefischt werden müsste. Die Ineffizienz hier bei ungefähr 19.800 US-Dollar. Also grüne Woche sollte nicht noch größerer FUT kommen. Sehe ich das Ganze erst einmal positiv. Unter der Prämisse, Weekly Close mindestens 17.500 US-Dollar, also über unserem letzten Low und mit letzten Low meine ich in Endeffekt hier diesen Abverkauf. Verdammt wichtig. Bullisher Weekly Close wäre bei 18.000, 18.200 US-Dollar. Und dann können wir uns nächste Woche über eine Relief Rally, denke ich, sehr, sehr gut freuen. Oder ist aber auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, aufgrund positiver Indizes, aufgrund positiver Zahlen. Dienstag, Donnerstag und zum Teil der Freitag könnten nochmal sehr, sehr interessant werden für uns und im Endeffekt auch diesen Push geben, dass wir uns zumindest wieder einigermaßen erholen und in Richtung 19.800 bis 20.000 US-Dollar schielen könnten. Aber wie gesagt, die Prämisse habe ich euch jetzt gerade erzählt, Weekly Close im Blick behalten, Daily Close und wir brauchen natürlich einen intakten Abtrend und Bullish News und keinen sonnigen Fatt, dass KuCoin Pleite ist, jetzt einfach mal so dahingestellt oder Crypto.com würde das Ganze noch auf die, würde noch alles die Krone draufsetzen. Aber wie gesagt, weiterhin im Endeffekt vorsichtig im Markt sein, das gilt Indizes, also traditionell Märkte sehen gut aus für nächste Woche. Der Rest, Krypto, weiterhin mit Vorsicht genießen, DCA betreiben, nicht überleveraged, hier in irgendwelche Long-Positionen oder Short-Positionen reinhüpfen, kann ich euch nicht empfehlen. Vorsicht ist einfach momentan das Höchste, schiebt euer Zeug auf die Hardware-Wallet, kauft euch eine Bitbox, kauft euch einen Ledger, ist mir egal, aber irgendwie noch ein Hardware-Wallet, wo ihr im Endeffekt safe seid. Darum geht es momentan und ansonsten war es das von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch einen guten Einblick geben für die nächste Woche. Wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und wir hören uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und stay crypto.